Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. So was habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen sie sich nicht beißen. Mist, wie kriegen sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist.